Hey Leute, hier ist euer Chillplayer, die wieder mal mit einem neuen Call of Duty Modern Warfare 3 Video. Wieder mal mit einem Moab Video. Ich hab mit einem Kollegen, also mit zwei Kollegen gespielt und da hab ich halt ne Moab bekommen und dachte mir, die müsst ihr mal sehen, ist jetzt nicht so ne Tryharder Moab oder so, sondern eher ne ruhige, chillige. Mal für Leute, die wohl nicht so auf Moab spielen, die könnten sich da was abschauen. Andere würden jetzt sagen, das ist mehr ne Camper Moab, aber schaut selber bis zum Ende. Macht eure eigenen Gedanken, schreibt unten in die Kommentare, was ihr davon hält. Natürlich gibt es Moabs, die sind schneller und heftiger gemacht, aber dafür hab ich ja die anderen Videos. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen, Leute. Und sonst gibt's hier nix mehr zu sagen, nur nicht vergessen kommentieren, abonnieren, teilen, dann zieht man sich. Schockiert euch noch den Rest und das war's wieder von euren Chillieplayer, hadde. Charlie wird gesichert. Bis zum nächsten Mal. Der Moment, wir all fall apart, tonight Hating love, it is alright Cause we ain't got no ground to build things up Endlessly talking, we're so stuck We owned it, but we lost it, burned the fire, cause we will go up into flames. We owned it, but we lost it, burned the fire, cause we will go up into flames. We have everything we have, we can't go on, we can't go on, there's nothing biting for us. Ow! There's nothing biting for us. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir verlieren Charly 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 Wir verlieren Charly